Wir haben 24 Stunden gebraucht, also nicht in Real-Life, sondern in Spielzeit, gebraucht, um den Ender-Drachen zu besiegen in alle Endbosser-Töten 1.19-Version. Es würde mich auf jeden Fall freuen, würdet ihr ein Like da lassen und natürlich noch den Kanal abonnieren, weil dieses Video war sehr, sehr viel Aufwand zum Schneiden und zum Aufnehmen. Ich hoffe, es gefällt euch jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Und auch endlich mal ein großes Dorf, kein kleines Dorf, wie gut. Das muss ich dann später Legol sagen, wenn er auch da online ist. Guck mal, es ist ein Eisenartiges. Zapplings nehmen wir auch natürlich mit, ne? Noch ein bisschen Essen, ja. Und noch ein paar Kartoffeln und Zapplings, ja, das ist schon mal gut. Hallo Herr Eisengodem, geht es Ihnen heute gut? Äh, und was hat er? Schon wieder fünfer. Ey, ich hab bei diesen Drops so Glück, ne? Das ist ja... Ich glaube, so haben wir auch hier direkt. Gut. Nee. Zwei Lavasies. Nein. Das ist nicht euer Ernst. Wir haben hier einfach Pillager. Tag. Da ist endlich eine Kuh. Und eine Kott. Nicht schon wieder. Leute. Da ist schon wieder eine Kuh. Juhu. Wir haben jetzt drei ominöse Banner. Also inzwischen ist Legol auch wieder da. Und ich würde sagen, ich habe heute vorhin auf dich extra gewartet, bis sie wie das Nennerportal gießen. Ja, weil du jetzt ein Hühnchen hast. Warte mal. Was haben wir jetzt überhaupt? Okay, normalerweise dauert es auch nie so lange. Okay, der Lavasie war nix. Dann lassen wir uns zum nächsten. Der dann Nummer zwei. Okay, dieser Spawn ist schon mal ein bisschen stabiler als der vorderen. Gib mir noch ein bisschen Besseres. Was hast du mir gedroppt? Leder. Ja, vielleicht irgendwann wieder für neue Rüstung. War vielleicht noch was Besseres? Kommt schon. Oh, ich habe drei Nennerperlen. Oh, wichtig. Alter, danke. Oha, erstmal mein Leben retten. Und dann noch drei Nennerperlen. Juppe allmächt. Wie geil. Alter, danke. Wir haben jetzt einfach sieben Nennerperlen schuhen. Oh mein Gott. Du hast zu tun, zu senden. Ich habe beim Gold abbauen in Schneebrü. Leute, wie man hier sehen kann, hat Lekoi eine Festung gefunden. Und ich würde sagen, wir haben genug Blaze-Words, aber ich würde noch auf die Ruderskeletten gehen, ne? Ja, machen wir auch. Okay. Warte, ich habe es mal. Was bringst du eigentlich? Das macht mir Scham bei Ruderskeletten und so. So, hier kriegst du dein Stuff. Und ich habe auch mein Stuff. Hier hast du dein Stuff. Ich habe hier meine zwei Schwerter bereit. Zwei Picken. Die alte Rüstung werden wir immer noch gebrauchen. Nicole. Ich habe gar nicht bemerkt, dass du mir ein Netherite-Inget gegeben hast. Aber by the way, für die YouTube-Sowshow, wir haben inzwischen schon auf diesem Server 1,65 Tage Spielzeit. Was ultra krank ist. Hier. Kannst du dir jetzt eine P-Gex machen. Oh. Was für mich? Ja. Geil. Ich habe hier noch Gold. Danke auf jeden Fall, Nicole. Oh, 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 oh. Oh. Das ist all right. Das haben wir beide. Wir haben beide aus Silber. Geil. Ey, das macht so Bock. Okay, Nicole. Wer ist hier so weiß, wir sind? Ja, das ist übrigens das Ding. Ja, es hat schon viel Zugriff. Oh mein Gott. Wir haben es aber geschafft, endlich. Ey, wir können hier relativ gechillt durch, ne? Ja. Das ist voll gut. Ich glaube, ich glaube, es zahlt für Wohnboot. So, wo? Okay, das ist auch gelockt. Ich habe hier Whisper-Point-Set. Ja. Okay. Ja, doch hab ich. Ein Schild setzt Pumpkin auf. Ja, bestimmt, oder? Was waren die alle da drin? Ich habe die anderen noch gepläst, die drei. So. Und. Wie war's hier? Und rein? Ich bin schon drin. Okay, let's go. Oh, Tötin. Tötin. Jo. Macht gut damage. Hast du einfach ein, ähm, Schwert mit Dings benutzt? Nö. Ich habe ein Schwert ohne nichts. Nicht, ist das so. Ich bin mir so, Alter. Wirst du ausbezucht? Oh, nee, nee. Komm mal. Oh, er kommt runter. Was soll ich mehr? Der hat mich gefetzt. Ja, warum schlägst du mich? Hab ich nicht. Ja, warum schlägst du mich? Ja, warum schlägst du mich? Hab ich nicht. Mann, wie lange will er nicht pötchen? Und? Komm. Ja. Wenn ich es mal schaffen würde. Hast du mich jetzt glücklich? Game. Okay. Boom. Let's go. Krank. Oh. Kannst du eine XP? Ja. Ich hab siebzig. Auf jeden Fall, Leute. Dieses Video war sauviel Aufwand. Kann man vielleicht auch bemerken, wo ich... Vielleicht an den Cutting-Stil oder irgendwie kann man das schon bemerken. Wir haben sauviel Playtime hier drauf. Zu viel fast. Ist so. Wir haben kein Leben gehabt. Wisst ihr? Auf jeden Fall, Leute. Das war's für ein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den coolen Kanal. Und schaut bei Lekoi vorbei, weil sein Kanal funktioniert jetzt auch wieder. Und ich geh ins End. In the Overworld. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.